Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, salve de spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow und wir sind wieder zurück mit Numidien und haben... Ah, guck mal, da ist ja eine Armee der Julia. Was machen die denn hier? Wollen die vielleicht die Geier angreifen? Das wäre ja mal ganz nett, ne? Okay, die Spanier, die kriegen wir aber so langsam, also der Krieg gegen die Spanier, der läuft ganz gut, der dauert nur irgendwie ziemlich lange. Der Krieg gegen Pontus, der dauert auch extrem lange, aber auch da kommen wir ganz gut voran. Können wir eigentlich Pergamon direkt angreifen? Ja, dann machen wir das doch noch. Ist da drin nicht viel, okay, alles klar. Das wird eine Speed-Schlacht werden, Leute. Ich bitte das schon mal jetzt zu entschuldigen, aber... Wir nehmen Pontus jetzt so viele Städte wie möglich ab. Und das ist wirklich, die haben halt einfach nur diese Armeen, mit denen die hier rumgeistern, die scheinen in meinen Augen nur aus Streitwagen zu bestehen. Das ist so schrecklich. Ähm, Achtung, hier fährt gleich irgendwie ein Feuerwehrwagen vorbei. Tut mir leid, falls ihr das jetzt gehört habt. Ich kann nichts dafür. Steht nicht in meiner Macht. Den ganzen Tag geht hier Action ab. Das ist schrecklich. Warte mal, ich stehe schon mal so direkt vor das Tor. Die Mauer. Eure Männer haben die Mauern eingenommen. Der Weg zum Sieg ist gesichert. Der Weg zum Sieg ist gesichert. Bewegung. Bewegung. Komm, 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 da geht noch mehr. Oh Gott, da stand die Hälfte von denen, steht ja noch draußen. Hallo? Aha. Daran liegt das also. Ich muss die Falle lang so hoch. Das klappt nicht. Nee, ich wollte eigentlich nur die hier aussehen. Bogen schützen. Steinschleuderer marschiert. Infanterie. Ha, das klappt nicht. Mist. Ich mach alles falsch. Ich kann mir hier ein paar Verluste leisten, deswegen versuche ich das etwas schneller zu machen. Ich schmeiß die ganzen Steine hier in die Stadtkaserne, aber das macht nichts. Bei den Göttern. Was war der feindliche General für ein Narr? Er opferte sein Leben statt seine Männer in eine würdige Niederlage zu führen. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Okay, das Spiel mit den Plänklern kennt ihr ja. Ja, der ist wirklich wahrhaft. Schrein der Nike. Der ist zwar ziemlich geil, aber nur wenn er ausgebaut ist, das kann ich leider nicht. Äh, wow. Wir haben ja echt so gut wie nichts verloren. Kein Mann der Stunde, schade. Wäre cool gewesen. Ja, wir brauchen mehr Bauern. Ihr seid alle fortgebildet worden, ne? Gut, okay. Dann heißt das für dich erstmal hier hin. Okay, das ist ganz gut. Dann lädst mir die nämlich hier oben ab. Ja, und dann haben wir nämlich gleich hier mal ein bisschen was an Truppen drinstehen. Das ist nämlich gar nicht verkehrt. Dann haben wir da nämlich direkt mal ein paar Truppen drin, können direkt mit der Armee wieder zack weiter. Alter, das ist doch hervorragend. Okay, ab daraus. Komm, 93% ist gut. Aha. Okay. So, ja. Palmyra ist halt der große Wackelkandidat gerade. Das habe ich selbst verbockt. Das tut mir auch leid. Ja, wobei die Armee ist fast noch stark genug. Die Armee ist fast noch stark genug, um eine Belagerung zu schaffen. Ja, wir gucken mal. Ach, hier fällt jetzt gleich wieder der nächste Krankenwagen vorbei. Aha, das ist der Seitenerbe. Nee. Okay, ich habe einfach nur so miserable Chancen gegen den. Aber der hat irgendwie eine Leibwache oder sowas. Ja, lauf mal hier vorne hin. Weiter geht es nicht, Sire. Das Schiff ist bereit. Ja, ja, genau. Moment mal gerade. Ja. Oh. Äh, jetzt muss ich aufpassen. Ähm. Ich muss mal was testen. Ja. 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 Ja, jetzt geht es nämlich nicht mehr. Okay, gut. Das wollte ich nur testen, ob ich mit den Agenten halt da rein kann, um das Tor zu öffnen und dann vielleicht nochmal, ne? Also das wäre jetzt, hätte das Ganze noch um eine Runde beschleunigt, hätten wir nur eine zusätzliche Siedlung angreifen können, aber es haut nicht mehr hin von den Bewegungspunkten. Schade. In Bewegung. Wir können nicht weiter, Sire. Das Schiff ist bereit. Das ist kein Problem. Euer Fälle ist mir befreundet. Hier geht es hin. In Bewegung. Ein großer Herr. Ja, mächtiger Herr. Weiter geht es noch nicht sein. Ah, ich glaube ich brauche noch ein Schiff, aber ich will jetzt keine Bieremen mehr bauen. Die sind einfach zu schlecht auf die Dauer. Also am Anfang ist das ganz okay, aber es lohnt sich nicht. Wir müssen außerdem unbedingt Olympia noch einnehmen, also beziehungsweise die Zeus-Statue von Olympia. Das wäre schon eine große Hilfe. Ich schaue nochmal, haben wir alles jetzt? Mein Gebiet, Herr. Sire. Sire. Hm. Stoßt vor. Wir können nicht weiter, große Herr. Befehle. Stimmt, in Schirrte habe ich nichts gebaut. Das geht aber jetzt. Ja, ich glaube so, das Gebiet um Schirrter, das ist so von der Infrastruktur her ganz gut erschlossen. Ne, die Hinrichtungsstätte brauchen wir jetzt. Da könnten wir, also da brauchen wir nicht so die Mega-Stadt mauern, da könnten wir auch so eine Armee relativ schnell rüber verlegen. Dann gucken wir mal, machen ein Blatt. Oh Gott, noch mehr Spanier. Okay. Ne, Rekrutierungsbrief schenken wir uns. Es geht immer noch der Tod um in Kartago. Wieder ein Grund mehr, um Karalis zu belagern, hä? Das habe ich mittlerweile auch mitbekommen, dass das Schiff bereit ist. Spioniere. Das Schiff ist bereit. Meine Augen sind eure Augen. Gehe an Land. Die Tarnung ist meiner. Krass. Das Schiff ist bereit. Befehle. Das läuft ja echt sofort. Cool. Bereit machen für den Kampf. Siedlung wird belagert, Seier. Die Siedlung wird belagert, Seier. Das Schiff ist bereit. Okay, Kreta ist gewachsen. Gut. Den Baubericht schenken wir uns. Den Rundenbericht, den schenken wir uns auch. Puh. Pack die da rein. Siedlung wird belagert, Seier. Vorwärts. Sitzbereit. Ei, große Herr. Ja, mächtiger Herr. Sitzbereit. Mhm. Ja, mächtiger Herr. Aha. Da haben wir wieder was gefunden. Bereitet euch auf den Kampf vor. Ich muss mal gerade gucken, wo sie will er denn jetzt hin. Gut. Wir sollten wirklich versuchen, hier alles, was die Skipionen zu uns schicken, schon möglichst frühzeitig auszulöschen. Weiter. Wir können nicht weiter, große Herr. Meine Ohren sind eure Ohren. Spannung. Da ist mein anderer Agent drin. Stimmt. Euer ergebener Diener. Hören bedeutet gehorchen. Sofort. Wir können nicht weiter zeigen. Okay, da ist aber sonst nix los. Oh. Welche Ordnung hier wird schlechter? Muss man wieder ein Weltwunder erobern. Befehle. Mächtiger General. Sire. Weiter. Schließe mich an. Angriff. Siedlung wird belagert. Sire. Okay, gut. Er hat die Einheiten nicht fortbilden können. Sire. 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 Lauf erst mal hier hin. Okay. Nimm diese Pell-Tasten mit. Die sind besser als nix. Mein Gebieter. Schick die mal dazu. Befehle. Mein Gebieter. Sire. Mächtiger General. Wir merchen mal ein bisschen. Sire. Sire. Befehle. Sire. Sire. Befehle. Sire. Vorwärts. Sire. Ja, der wird wahrscheinlich gleich einen Ausfall versuchen, ne? Dann muss ich mich da wieder zurückziehen. Was hat er denn da noch? Aber wenigstens kann er, wenn ich ihn jetzt belagere, dann kann er seine Einheiten nicht fortbilden. Meine ich zumindest. Das wäre, glaube ich, zumindest im Bereich des Möglichen. Weiter. Weiter geht es nicht. Sire. Baut einen Turm. Ja, bauen wir da einen hin. Vorwärts. Erwarte eure Befehle. Hören bedeutet gehofft. Lauf mal da hoch und guck dich da oben mal um. Mächtiger General. Mächtiger General. Vorwärts. Sire. Weiter. Ich ziehe hier jetzt deswegen ein paar Einheiten ab. Gut. Äh, weil ich die natürlich jetzt auflöse. Das ist ja jetzt ein Quatsch, wenn ich schon mit dem Steuersatz runtergehe, dass ich dann auch noch die teuren Einheiten bezahle, ne? Gut, okay. Du segelst hier hin. Du baust mir noch so ein Schiffchen. Habe ich schon irgendwas Spektakuläres gemacht in diesem Part? Also in der Hauptstadt müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir da einen hohen Steuersatz behalten, finde ich. In den anderen Städten ist es ja relativ wurscht. Dann machen wir noch die Eroberung von Karalis. Die ist noch im Zeitbudget drin. Was gibt es denn hier so an... Uh. Klar, die nehme ich gerne mit. Angriff! Dann können wir uns danach noch vielleicht um diese römische Armee kümmern. Ah ja, dann gucken wir mal. Nee, warte. Schicken wir die nach vorne. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Was hat er da drin? Peltasten sind das. Okay. Der feige Feind hat die Mauern verloren. Schickt eure Truppen, damit sie die Siedlung einnehmen. Machen wir. Dann gehen wir los. Also, die Heide sind jetzt verarbeiten. « Halliand! ... ... ... ... ... ... Ah ja, gut. Gut, jetzt funktioniert das. So, und dann kommst du mal her und kaufst meine Händen an. Ah ja. Ich glaube, wir haben keine Einheit verloren, außer bei der Generalsleibwache, was gut ist. Ah, zehn Einheiten haben wir hier verloren. Ah ja, gut, ist okay. Gehen wir den Steuersatz auf niedrig. Ich denke, wir können die zum Wachstum anregen, indem wir ein paar Einheiten aus Kartago abziehen. Kannst du mit denen da raus? Gucken wir mal, ob wir das irgendwie schön hinbekommen können. Und dann gehst du hier hoch mit dem Schiff und du bleibst einfach mal hier und spionierst noch ein bisschen. Ich hatte hier doch irgendwo noch ein Katapult gebaut, ne? Da. Stoßt vor. Weiter geht es nicht, Sire. Wir brauchen noch mehr Katapulte, auf jeden Fall. Okay. Gut, und dann gucken wir noch schnell die Gebäude durch und dann werde ich den Part beenden. Aber ich glaube, ich hatte überall was im Auftrag soweit. Ne, außer hier Tempel des Baal. Tempel des Baal. Hätte ich eben noch ein paar Rebellen gesehen. Tempel des Baal. Der ist halt der Beste, weil der bringt halt öffentliche Ordnung durch Gesetz und das reduziert die Korruption ganz erheblich. Okay, ne, dann sind wir jetzt soweit fertig, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann werden wir Tarsus noch erobern. Das machen wir auch noch. Und dann geht es schon weiter gegen Pontus. Bis dahin sage ich, macht's gut. Und Pax, Wubiskum, Valita. Untertitelung des ZDF für funk, 2017